Noch eine Minute bis zum Start. Noch 30 Sekunden bis zum Start. Die Teilnehmer nehmen Aufstellung hinter dem Startauto. Start frei und 5500 Euro Import der Dreierwette. Noch ungefähr 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer. Ab. Vor dem Start hat sich Equinus P. ein wenig versäumt. An die Spitze des Feldes versucht sich von außen zu kommen, Thanatos zu setzen. Thanatos übernimmt auch die Führung. Thanatos. Nummer 3, Amika Pekka, Galopp, Nummer 3, Galopp. Also in Front. Nach flottem Antritt, allerdings selbst bedrängt von Sexy Sunrise. Sexy Sunrise jetzt der nächste Führer im Rennen. In einer sehr flotten Anfangsphase. Sexy Sunrise vor Thanatos. Dahinter folgt Cashfoto in dritter Position vor Equalizer. Dahinter sieht man Ampere in fünfter Position. Gefolgt von Less Is More. Es geht durch den Stadionbogen mit Sexy Sunrise in Front. Die Pace nicht abflauen lässt. Thanatos an zweiter Stelle vor Cashfoto und Equalizer. Dahinter Ampere. Außen geht jetzt Less Is More vor. Dahinter sieht man Power Down U. So die Reihenfolge jetzt auf der Stallgeraden. Sexy Sunrise und Thanatos deutlich abgesetzt von Equalizer, der jetzt nachzusetzen versucht. Und bei Rechen des Schlussbogens. Sexy Sunrise vor Thanatos. Deutlich zurück Equalizer vor Less Is More. Sexy Sunrise und Thanatos vor Equalizer Ausgangs der Schlusskurve. Bei Rechen des Einlaufes. Sexy Sunrise und außen Thanatos. Thanatos der vorbei ist. Thanatos in Führung vor Sexy Sunrise. Dann Equalizer und außen Less Is More. Thanatos gewinnt. Thanatos vor Equalizer und Less Is More. Acht vor Vier und Zehn vorläufig. Auf Wiedersehen. 10, 11, 12, 13, 13.